Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle kreprieren. Wie wunderbar, dass auch viele leiden, schreien und weinen, denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen. Wenn du Stress machst, boxt ich dich in den Rollstuhl, dann wirst du irgendwann wieder laufen lernen. Durch ein Exoskelett, dann siehst du aus wie ein Wesen aus Weiserser Freddy's. Machst wie im Minecraft, wer zum Zombie-Pigman, dann besitzt du ein Exoskelett, daraufhin wird dich Wasser über dich schütten. Dein Exoskelett wird zusammenklappen, daraufhin wirst du leider das Zeitliche sinken. Vielleicht wirst du wie ein Zombie auferstehen, ich werd dir dein Exo-Körper zertreten und verdrehen, währenddessen lässt du dich von deiner Selbstschaft abziehen. Geh mir lieber aus dem Weg, keiner hat Bock auf dich, denn du bist der Walking Dead auf AliExpress. Dämlicher Knecht, baller dir die Schädel in Decke weg. Schaffst du es, Fünfzange gegen mich zu überleben, bisher war das immer unerreicht. Wenn ich dir sehne Leiche und werde kreidebleich, viel Glück, hier fünf Tage zu schaffen. Rekord lag bisher bei drei, wenn sie dich erwischen, wirst du ungebracht. LASS DEIN GESCHREI! Willst du ein Problem, du Animatronic of Wishland? Ja, das ist Leskler. Eins gegen eins im Freddy's Fastball-Restaurant. Wenn ich mit dir fertig bin, siehst du aus wie ne Mischung aus Springtrap. Golden Freddy und Mangy, na wie findest du dich? Du bist so ekelhaft, dass seins Animatronics kotzen müssen. Da wirkt selbst Two Girls, One Cup normaler als das, was du bist. Ein wahres Elend gefällt mir, dich leiden zu sehen. Du wünschst dir zu sterben und ich lass dich ein halbes Jahrtausend leiden. Ich muss auch immer übertreiben. Ich kann auf die Brüder, von denen ihr 24-7 redet scheißen. Alles fängt von Anfang bis Ende. Schaffst du es, fünf Tage gegen mich zu überleben? Bisher war das immer unerreicht. Ihr seht ne Leiche und werdet Kreidebleich. Viel Glück, hier fünf Tage zu schaffen. Rekord lag bisher bei drei. Wenn sie dich erwischen, wirst du ungebracht. LASS DEIN GESCHREI! Das Schicksal hat's vollbracht. Ach, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle krepieren. 666, wie wunderbar, dass auch viele leiden, schreien und weinen. Denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen.